Halli, hallo an alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf und gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Lea Trittschleich, ich bin 20 Jahre alt und ich bin die amtierende Kaiserstuhl-Thuniberg-Weinprinzessin. Um euch die momentane Zeit daheim ein bisschen zu verschönern, habe die Kaiserstühler Weinmarkting GmbH und ich uns eine richtig, richtig coole Aktion für euch überlegt. Und zwar habt ihr die richtig coole Möglichkeit, die nächsten paar Wochen jeweils zweimal pro Woche ein oder manchmal auch mehrere Weine mit mir zusammen hier auf Facebook zu probieren. Wir werden jeweils zwei Videos pro Woche Mittwoch und Freitag hochladen, in welchen ich ein oder manchmal auch mehrere Weine einer Kaiserschüler-Winstergenossenschaft vorstelle. Ich werde ein bisschen was zum Wein erzählen, ich werde ein bisschen was zur Geschichte der Winstergenossenschaft erzählen, zur Philosophie, die dahinter steckt. Ich werde mit Sicherheit auch die ein oder andere Anekdote aus meinem ersten halben Jahr als Weinhoheit auspacken. Der Redestoff geht mir auf jeden Fall nicht aus. Mir werde euch die ganzen Links, unter welchen ihr die Weine bestellen könnt und in die Videobeschreibung reinsetzen. Da könnt ihr direkt drauf gehen und direkt bei der Winstergenossenschaft jeweils die Weine oder das Weinpaket bestellen. Das wird dann zu euch nach Hause geliefert, sodass ihr dann beim nächsten Video direkt mit mir mitprobieren könnt. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr, die ganze Weine für euch zu probieren, wie ihr es im Hintergrund vielleicht schon sehen könnt. Habe ich die Weine schon hier und werde jetzt dann anfangen mit den Videos drehen. Schreibt mir vielleicht einfach mal auch in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Ich freue mich einfach über eure Rückmeldung. Sagt mir vielleicht einfach, ob ihr Wünsche habt, ob ihr vielleicht einen Lieblingslein vom Kaiserstuhl habt, der auf jeden Fall vorgestellt werden soll. Wir lesen uns das alles auf jeden Fall durch. Wir sind offen für alles. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Videos. Bleibt gesund, bestellt fleißig die Weine, dass wir das hier zusammen machen können. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Ganz liebe Grüße von mir.